hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine spc dies zu lösen gilt heute haben wir eine weitere headliner spc mit jonathan oder jonathan klaus und wir schauen uns die karte von ihm mal im detail und gehen gemeinsam in die spc lösung aktuell kostet der spieler circa 75 bis 80.000 coins das natürlich immer abhängig auf welcher plattform wir denn gerade spielt oder nach aktuellen marktgegebenheiten können auch preisschrankungen vorkommen 86 ist der franzose bewertet hat natürlich ein ordentliches upgrade bekommen aber er kann sich noch welche hinzuverdienen zum einen ein persönliches sollte er es ins team der woche schaffen bekommt er dementsprechend ein upgrade und das kann er dann natürlich endlos wiederholen je nachdem wie gut er auch persönlich spielt und ein anderes upgrade das ist aber vereinsabhängig wenn rc lens ja vier spiele in folge und das ganz wichtig vier spiele in folge müssen sie gewinnen dann bekommt er ein weiteres dauerhaftes upgrade von plus eins ansonsten sieht er schon richtig stark aus franzose bei spiel balance mit der zukünftigen headliner karte von vorfahren natürlich hat man hier einen guten link kein perfekten klingt aber es ist ein strong link von daher sehr gut auch die arbeitsraten gefallen mir mit hoch hoch einen starken rechten fuß auf der rechten seite was will man eigentlich mehr drei sternen skills und drei stelle schwacher fuß das könnte tatsächlich ein bisschen besser sein dennoch sehen die werte überragend aus gerade für den außenverteidiger viel ausdauer ist dort wichtig und ja was soll ich euch sagen hat 99 ausdauer mehr geht halt nicht beweglichkeit 95 auch sehr gut balance 80 tatsächlich verteidigung ist so ein bisschen ein bisschen mau aber auch gar nicht so verkehrt tatsächlich ich würde ihn um es auf den punkt zu bringen enker geben das pusht zum einen sein tempo und noch mal die verteidigung und zum anderen noch die physis das macht ihn zu eine sehr zu einer sehr sehr guten karte für die außen ja und schuss hat auch noch ein bisschen schussgraf 84 aber ansonsten absolut top der mann kann man gar nicht so anders sagen wer ihn einbauen kann und ja franzosen kann man natürlich besser einbauen ob es jetzt mit niacathe ist oder vielleicht mit einem waran da ist vieles möglich okay dann würde ich sagen schauen wir uns jetzt die erste sbc an und die hat folgende bedingungen frankreich brauchen wir mindestens einen spieler team aus sowie mindestens ein spieler team gesamtbewertung von mindestens 83 team chemie 75 und natürlich elf spieler und wie es von mir gewohnt seid dann gehe ich einmal stillschweigend durch die spieler durch ihr könnt dann das video an der jeweiligen stelle pausieren und euch die spieler vom transfermarkt erst neipen ihr habt dafür sieben tage nach release zeit diese sbc abzuschließen und dann ist er leider weg ich würde sagen wir legen los let's go und damit haben wir die erste spc erfolgreich abgeschlossen kostenpunkt hierfür circa 71 nein quatsch 21.000 coins nein 71.000 coins müsst ihr für die erste spc nicht bezahlen liegt und da brauchen wir natürlich einen spieler aus der französischen ersten liga team gesamtbewertung von mindestens 85 team chemie 70 und natürlich auch hier elf spieler und auch hier wollen wir einmal gemeinsam durchgehen und dann haben wir es schon geschafft let's go und damit haben wir auch die zweite spc abgeschlossen und ja santa claus gehört nun euch ich hoffe er wird euch ja ordentlich geschenke bringen ansonsten ich werde diese karte machen was ihr macht das könnt ihr mir gerne verraten im kommentar ihr wisst ja wo ihr das finden unten unter der video beschreibung da seht ihr übrigens auch alle preise das gebe ich immer ganz gerne noch mal zur kenntnis denn viele und ich sage es ja auch im video was er kostet und er kostet zum aktuellen zeitpunkt circa 75 bis 80.000 coins aber manche können nicht lesen und nicht zuhören das ist ein problem ja aber das wird es gewesen sein ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen mit dieser spc und beziehungsweise zu meinen kurzen bestand zu dieser zu diesem spieler ich finde ihn sehr gut also wer ihn gebrauchen kann sollte ihn vielleicht auch ja einfach mal mitnehmen teuer ist er nicht obwohl teuer ja je nachdem also ich finde ihn nicht so teuer für das was man geboten bekommt okay das wird es gewesen sein in diesem sinne reingehauen wieder schauen bis